Willkommen bei den Mediapaten Tonstudios Berlin. Noch größer, noch eleganter, noch vielseitiger. Aber treten Sie doch ein und sehen Sie selbst. Wir starten unsere kleine Studiotour hier in der Lounge. Er hatte gehört, dass dies nicht unbedingt für alle galt und dass einige Wesen tatsächlich Christen seien. Denn ich muss versuchen, euch zu töten. Kein Dach, keine Fenster und nichts, wo man unterkommen könnte. Wo in aller Welt sollen wir denn überdachten? Nun, dann werden wir uns wohl ein wenig zusammenrollen müssen. Für die kleine Pause zwischendurch gibt es auf dem Weg in Studio 4 die Kaffeebar. Bitte nur noch einmal den Namen und den Claim. Aufnahme läuft. Katar Airways, World's Five Star Airline. Ich bin das Mögliche. Ich bin der I-8. Joey's befriedigt. Mega-Blockbuster. Ostermontag, 20.15 Uhr pro 7. Der Six-Mädels-Abend. Sixteen Blocks auf Pro7 Max. Hier befinden wir uns nun auf dem ehemaligen Schloss. Früher der Eingangsbereich zum Park. Das Gebäude, das ihr hier seht, entstand erst nach 1871. Und zwar auf den Grundmauern einer einst viel größeren Anlage. Sie haben die Idee. Wir haben die Räume, das Equipment und das Know-how. Wir haben die Räume, 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 die Räume